hallo meine lieben freund und herzlich willkommen zu einem neuen video von gta 5 endlich mal wieder leider habe ich innerhalb des videos keine anmoderation hinbekommen und ich bin auch sehr leise es tut mir sehr leid ich habe alles neu eingerichtet gehabt und da ist irgendwas verkehrt gewesen bei einem spiel das war zu laut mich kann man nur leise hören den party sound die leute kann man wenigstens noch etwas besser hören aber ich dachte mir jetzt das mal hoch packt das mal so rein und ja würde mich freuen wenn ihr trotzdem noch einen daumen nach oben da lasst und jetzt geht das video los ich hab jetzt schon kürz komplett aus schwarz ja ich auch hallo ich wollte wenn ich rüber springe aber das hat nicht so funktioniert also spring mit der mit arm auf dem falschen bauch du musst hier lang fahren und er liegt zu öfter ja ich denke ich habe auch tatsächlich ein bisschen fängt gerade ein wenn ich aufwehe ich habe mein mikrofon jetzt umgestellte schocken und ich kann mich dann wahrscheinlich auch hören es 6 wir färten hinter mir wirklich nicht ich hab's trotzdem geschossen ich weiß ja nicht wer wird das da vorne Ich bin Fink. Immer. Und setz dich. Ich bin Fink. Ich bin Fink. Rausse. Ich bin mir da nicht so richtig in die Mitte. Yeah. Ich habe eine Fickige Scheiße. Das war eigentlich so. Ich fahre selber Scheiße. So. Geht rum. Ne, ne. Off. Blödmann. Ich hab grad nichts aufgemacht. Nein. Oh nein. Also das wäre eine Scheiße. Also wenn du weißt wie es funktioniert, das ist eigentlich geil. Und ich persönlich finde es eigentlich geil. Scheiße. Wir können ja gleich auch nochmal die anderen machen. Das mit auf dem Wasser. Das komische Fahrzeug da. Und das andere. Mit diesen Düsen. Ja. 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 Ich bin mit meinen Sven verfahren. Das wäre ja nicht geil. Ich hab auch nicht mehr so. Ich hab auch nicht mehr so in der Zeit. Ich hab auch nicht mehr so in der Zeit. Ich hab auch nicht mehr so in der Zeit. Ja. Da unten ist Wasser. Und ich hab aus gesehen schon mal den Fallschirm. Weggemacht. Äh. War nicht so gut. Äh. Alter. Das ist doch wie ne Pussy ey. Ich dachte. Ich muss ja auch hochspringen. Form hat's bei Dani am Anfang auch gemacht. Äh. Was? Gar nichts. Dani? Gar nichts gemacht. Ach. Ich hab überhaupt nichts gemacht. Das ist sowas. Das ist weil man nicht ähm. Fetten oder so will. Ich bin pleite. Das ist immer noch das gleiche was du nicht verdienen kannst. Genau. Ich seh den da vorne. Ich seh den da vorne. Ich weiß nicht. Ich seh das Ziel. Ich gehe mit dem zu stehen. Ich bin hier glade. Ich bin genau ne Sekunde nach dir reingekommen. Ja ich hab's sowieso nicht mehr geschafft. Aber war ein cooler Abgang. Ja 3155. Läuft hart. Ach du Scheiße der hat Reifen verloren. Ja 3155. Ja 3155. Ja 3155. Ja 3155. Ja 3155. Ja 4155. Ja 4155. Ja 4155.